Geheimnisvolle Zitatnachricht von Mats Hummels angeblicher Neuer. Was sollen diese Zeilen nur bedeuten? Lisa Marie Straube, 21, die laut hartnäckigen Gerüchten angeblich die neue Freundin von Fußballprofi Mats Hummels, 32, sein soll, hat via Social Media nun Liebesworte geteilt. Und sorgt damit für Rätselraten. Was ist los mit diesem jungen Herz, das liebt? Ein Herz, das liebt, ist immer jung, schrieb die Influencerin im Rahmen einer Instagram-Story. Mit dieser geheimnisvollen Botschaft löst Lisa natürlich Spekulationen aus. Ob mit dem verliebten Herz ihr eigenes gemeint ist? Gut. Blutjung ist sie ja sowieso. Da wäre es einigermaßen kurios, da einen Unterschied zwischen Herzalter und wahrem Alter zu unterstreichen. Ob die Zeilen in Mats Richtung gedacht sein könnten? Der ist immerhin deutlich älter als seine angebliche neue Flamme. Oder ist es gar als Trost an die zwölf Jahre ältere Kathy Hummels gedacht? Bisher bleibt das Lisas Geheimnis. Was macht das Ganze mit Kathy Hummels? Elf Jahre trennen Mats und Lisa alterstechnisch. Nach Trennungsgerüchten rund um den Fußballer und seine Frau Kathy geriet die 21-jährige Dortmunderin in den Fokus des öffentlichen Interesses. Kurioserweise folgt unterdessen Kathys Vater Lisa Marie auf Social Media. Und Kathy? Die lässt sich von alledem nicht unterkriegen und zeigt sich wacker und cool am TV-Set. Und hegt dazu scheinbar noch nicht mal einen Groll gegenüber Mats und schickt ihm immer noch Likes bei Instagram. Verwirrung pur mit Fortsetzungsgarantie. Verwirrung pur mit Fortsetzungsgarantie.